Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Mit der Die Galgen und Ja, den schönen Irrschünen Flatscreens Das älter Scheiß Ja Ich hab mir eben grad nochmal Geil Lord of Saviid reingezogen, Alter Alter Was man sich immer wieder reinziehen kann Meistachtens nach Ich bin Arogon Der Jettner Und Ich bin Alkoholiker So geil Bist du aber noch immer mit Kann ich einfach noch Mordor reinläufen Das ist das geilste Wett Hey Kollege Fick dich ins Kling Fick Gesicht Ich muss schon da runter Ist ja noch Schwerelosigkeit Und so Ne Na dann halt nicht Hat dieser auch einfach den Marker mitgenommen Finde ich auch nicht okay Das ist doch echt Asozial von ihm Alter Wie kommen die auf einmal angerannt Übertreibst du mal nicht Guck mir die so an Alter Die haben Die haben die Stoff genommen Oder warum gehen die so ab Wie Zäpfchen, ey Alter Wie rennt die denn Fick dich Pfff Arschgesicht, ey Boah ich verpulver hier auch Was ist ja Ist ja unglaublich, ey So Fickst du hinrennen Ich setze mich auf Kennt da vor allem In den Arsch zu treten Komm her du Tante Ich fick dich richtig weg Hä Äh Du tust das richtige Isaac Wir sind jetzt zusammen So wie es immer schon hätte sein sollen Ich wusste du würdest zu mir zurückkehren Jetzt kann uns nichts mehr auffallen Alter Kapitel 11 Alternative Lösungen Abgeschlossen Alter was geht's hier ab What the fuck Das macht mir jetzt Leicht Angst Weil Alter was geht hier ab Kapitel 12 Tod im All Oh Tod im All Das erklärt einiges Dead Space Im Englischen Würde es dann wahrscheinlich so heißen How are nice Aber Shimura Kolonie Ah okay Wir versuchen jetzt die Marke zurückzubringen Okay Aber wo es Kennt war gewesen Das gibt doch gar keinen Sinn Irgendwie Oder So Und dass Nicole auf einmal auftauchte Hat mir auch Angst gemacht Isaac Hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle Ne Ne Schätzchen Erstmal Erstmal was anderes Ach du Scheiße Körn 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 Schitte So hier sind bestimmt auch genug Monster Vermutig mal Wenn ich Die Medärzten Den Arsch Reißen wollen Aber naja Wo habe ich denn mein Plasma Cutter Ich reiß den dann halt den Arsch auf Angenehme Geräusche Ja Mieten sie hier ihre Ferienwohnung Kommen sie jetzt Zur Kolonie EG7 So Renn Schlampe Renn So Den nehmen wir mal mit So So dann mach ich mal hin Ne Schöne Ding Ne Komm Ich will mal rangehen Berühren Alter Hochmoderne Technik Alter Sowas habe ich noch nie gesehen Wie hochmoderne das ist Unglaublich So Kann ich die wieder mitnehmen Schauen wir mal wie einfach das ist Was da fack war das denn? Alter, übertreibst du auch nicht Warte, jetzt, Schnuppi? Schnuppi, putz Ja, ich brauche eine Energiezelle, schön zu wissen Oh Gott, ey Ja, war klar, ich muss Leck mich Leck mich doch Isaac, der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen Ach Bring zurück, was genommen wurde und mach uns wieder ran Rönt wieder ganz, Mama Mach halt die Gaschle, blöde Kuh, ey Warte, wir mal die Eier knuschen Können mir alle mal die Eier knuschen Alter, hab ich keinen Bock drauf, ey War aber ich da ein ganz ungroßes Gefühl Plasma-Age habe ich wie Sand am Meer Äh, eins, zwei, drei Und Nein Warte mal, jetzt muss ich wieder rechnen Oh Gott, ey So So. Das reicht. Ach da. Cool. Nehme ich auch nochmal mit. Dann hier. Eine Energieknoten. Ja. Ja komm nochmal Nachladen reingepumpt hier. So. Alter ist das dunkel. Alter. Das hab ich gar nicht gemerkt. Das war ja die ganze Zeit hier so dunkel oder? Ich muss zurück. Achja ich muss ja. Warte mal. Ne ich will. Da ist nichts mehr. Okay. Dann kann ich da rein. Dann kann ich da. Gechillt reingehen. Hier spricht Sergeant Newman von der PZEK. Wir haben alle Shuttles verloren. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar. Es hat aber ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttles zerstört. Wenn jemand das hier hören kann, dann landen sie nicht hier. Nicht hier landen. Was? Sadomaso? Alter hab ich viel dabei. Oh wow. Weg damit. So. Habt weiter Gold. Ja ja ja. Jetzt müssen erst mal geschäftliche Dinge gemacht werden, Schätzchen. So. Los. Äh. Falsch. Inventar. So. Für Kohle. Für Kohle. Für Kohle. Tue ich alles. So. Nehm ich das nochmal mit. Mal wieder auf. Und du. Du kriegst jetzt Fett auf die Eier. Komm her. Oh zwei von denen. Ah. Der lebt natürlich. Am Arsch. Die Kackviecher. Ich hasse euch. Okay. Wisst ihr das? So kacke seid ihr. So. Hab ich ganz vergessen. Ja. Lol. Voll. Nicht voll. Das ist gut. Fick dich. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt geht es. Wo ist Nicole hin? Die alte Zippe Darf ich mal fix gucken? Ich muss da hinten hin Na Logo, mach ich doch gern Fickt euch doch mehr Wieso immer ich? Ich muss da hinten hin Oh ja, hier werden so viele Viecher auftauchen Das ist ja unglaublich Sicherheitsdienst wurde informiert Und das ist ja sicherheitsdienst informiert wurde Kann er kommen? Nein, beweg dich mal nicht Er 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 Nicht tot Jetzt tot Hallo Fick dich Fick dich Fick dich Ja komm Putschi 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 Bam 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 Komm Hattigosch Hey Komm her Ja guter Junge Was ist das jetzt Ja dankeschön Idioten Was Wo ganz ehrlich Kein Bock mehr drauf Ah Ob das meine Energie hab ich noch genug Das zählt Sagen wir ich davon genug hab Ist alles Paletti im Gehöft Bösen Halt Pies Halt 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 quick Halt Sagen Halt 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 Das war's. Wie gesagt, ich hab keinen Bock mehr auf die. Oh, der fliegt aber schon. Ach, der war die ganze Zeit Quarantäne? Ich hab's, dass ich war die ganze Zeit schon. Na ja. Ah, was will man da machen, ne? Das ist doch, ey. Ist echt nur da ne Speicherstation? Och, Leute. Och, Leute. Ach, ne. Na, warum ist auch noch einer? Ich werde es nicht unbedingt, dass ich jetzt hier zu Ende bringen. In so einer langen Extra-Folge. Ich werde es nicht mehr so, dass ich hier zu Ende bringen kann. Aua! Weck dich! So! Oh, noch... Ah, noch einer! Hammer! Fick dich! Komm her, du Scheißvieh! Fick dich! Na, geht doch! Da muss ich auch noch durch! Ich nachher mal... Ich freu mich ja richtig doll... Scheiß... Obwohl, so lang würde er wahrscheinlich da nicht mehr dauern... Pfff... Mach gleich mal ne Pause... Ansonsten wird... Äh... Ganz schön lang! Ja, ich mach mal fix jetzt ne Pause und dann beende ich das denn! Ja, ich mach mal... In der Zeit... Aha! Jetzt ist die Zeit...